So Leute, und alles was ihr hier seht, ist nicht mehr mein Rex, was vor allem mein Rex drin war. Die ganzen Plastikteile hier, gut hier sind welche doppelt. Das sind die hier, die hier, das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner und ne, achso, einer war ja kaputt, richtig, und einer war ja kaputt, genau. Ja, die Teile hier, die habe ich von René, aus dem Z, die werde ich auf Ersatz behalten, die habe ich als Schablon genommen, für die Gorilla Plastik Schablonen, hier, vorne und hinten, und ja, das hier sind meine alten, die sind aber auch noch absolut in Ordnung, nur dreckig, müsste ich mal sauber machen. Das haben wir hier, dann habe ich mir hier die Teile gemacht, die habe ich jetzt auch übrig, hier sind sie auch nochmal, ebenso wie die Stangen, die ganzen Sachen hier, das ist mir kaputt gegangen, aber da habe ich schon jemanden gefunden, der mir da was schenken möchte. Ja, hier habe ich die Form, die werde nicht lassen, ich habe von den zwei, also von den 500 Gramm Gorilla Plastik, habe ich die ganzen Kügelchen hier übrig, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber wenn ich das so runterhau, sage ich mal, die Hälfte der Tüte ist noch übrig, also würde ich mal schätzen, von 250 Gramm sind das noch so 150, hier habe ich schwarz, da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr, wenn ihr Gorilla Plastik übrig habt, nach eurer Arbeit. Und das ist ziemlich viel. Schmilzt das ein, ist nur ein Tipp von mir, schmilzt das ein und macht daraus eine lange Zunge, eine ganz dünne, lange Zunge. Und aus dieser langen, dünnen Zunge könnt ihr dann schön mit einer Schere oder so, oder was immer, wie auch immer, könnt ihr so eine Streifen schneiden, so eine dünne. Das Tolle ist, ihr könnt das dann immer gleich wieder so dosieren, das heißt, wenn ihr mal was machen wollt, nehmt ihr so ein paar Stücke hier, packt das ins Wasser und dann habt ihr eine Dosierung. Zweitens, wenn das dünn ist, schmilzt es besser. Wenn ihr so einen Brocken habt, so eine Faust und lässt den aushärten, wisst ihr, wie lange ihr braucht, um den wieder weich zu kriegen. Das dauert Stunden, das heißt, immer Wasser reinkippen, weich werden lassen, Wasser wieder reinkippen, weich werden lassen, das dauert richtig lange. Habt ihr so eine dünne Streifen, geht das ruckzuck, nur als Tipp, falls ihr was übrig habt. Ja, die ganze Menge hier habe ich auch übrig, das sind wohl auch nochmal so, ja weiß ich nicht, 50 Gramm oder so, die sind übrig geblieben. Und die Schablone, ja, die Aluteile hier, das sind meine alten, die werde ich nochmal richtig behandeln. Ich hatte die ja nicht richtig behandelt, ich habe die nicht mal angeschliffen, ich habe die einfach nur entfettet und habe sie dann angesprüht und ja, wie so ein Amateur, also unter uns Malern und Lackierern sagt man einfach Amateur, das ist einfach amateurhaft. Ich werde mich aber darum kümmern, wenn ich mal Langeweile habe und so werde ich die mal richtig anschleifen, mit einer Feinschleifung behandeln, dann werde ich sie vollgrundieren und dann werde ich sie mal richtig lackieren und dann eventuell mal wieder einbauen etc., wer weiß. Auf jeden Fall sind die Teile jetzt auch hier übrig. Ja, ich zeige euch jetzt mal die fettigen Racks. So, hier haben wir den Racks, da steht er mit Gorilla Plastik, mit den Dämpferbrücken, den neuen und ja, jetzt fragt ihr euch, wo sind die jetzt die Teile? Man sieht das nicht sofort auf den ersten Blick, aber der Wagen hat Gorilla Plastik und zwar nicht nur gerade wenig und zwar funktioniert das wirklich so einwandfrei, also alles von der Lenkung her, von der Beweglichkeit, wie ein normales Auto, nur dass die Teile halt eben aus Gorilla Plastik sind und zwar die hinteren Träger, hier unten, da, Gorilla Plastik, hier musste ich den umdrehen, deswegen ist die Oberseite hier so schön, aber dafür auf der Seite nicht. Ja, weil man kann die nämlich einfach verwenden für die andere Seite, die sind nämlich identisch und vorne habe ich euch ja schon zwischendurch gezeigt und hier oben die Teile. Ja, und da werde ich jetzt wieder einen schönen Verbrennermotor reinbauen, zwei ordentliche Servos und alles und der wird wieder tiptop in Ordnung gemacht und dann wird das mein Basher-Auto sein, also mit dem ich alles mögliche machen will. Ich will springen, ich will über hügeliges Gelände fahren, ich will alles mögliche, wo ich keine Angst haben muss, dass irgendwie die Querträger mir kaputt gehen können und dann werden wir mal testen, zusammen, gemeinsam, was dieses Gorilla Plastik aushält. Ich kann euch das ja mal zeigen, ich lasse ihn mal aus eurer Höhe fallen. Ja, wie ihr seht, das ist alles kein Problem, dieses Gorilla Plastik, das ist bombisch, also da bricht auch nichts oder hier wackelt auch nichts. Guckt euch das an, ich kann hier richtig, richtig mit Kraft hier dran wackeln und das ist auch alles fest. Also, das eiert jetzt hier auch nicht rum, nur weil das Gorilla Plastik ist. Nee, hat auch eine Stabilität und vorne ebenso. Hier wackelt nichts oder so, sondern das funktioniert einmal im Freitagszeug und wenn das beim Bäschen, sagen wir mal, es bricht irgendwas, egal was, ist ja egal, wir können es einschmelzen neu machen. Aber ich möchte gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Nicht, dass wir einmal rausgehen und, ja, sagen wir mal, durch ein paar Sprünge, zwei, drei Sprünge oder so, so richtige Sprünge, äh, bricht jetzt hier uns was kaputt oder so, dann lohnt sich das nicht. Ja, aber dann weiß ich Bescheid, für was sich das lohnt und das werden wir testen. Hiermit fängt es an. Ich bin Solar Laser und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss. Halt, halt Leute, kleiner Spaß. Ich möchte euch natürlich das fettige Ergebnis von Rex zeigen und, ja, seid gespannt. Es geht los. Halt, halt Leute, kleiner Spaß. Da steht er, fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich habe ihn ein bisschen beklebt mit dem Projektaufkleber. Hier, der Senni, hier ein Anzwangaufkleber, der ja auch gut passt. Ist ja auch ein 1-2-1 Nitro Buggy 4WD. Das ist ja der Rex X Promo 1, der je allererste Version von Konrad. Und, ja, einer meiner Meinung nach der besten Fahrzeuge, die Konrad damals rausgebracht hat. Ansonsten, die neuen Rex, die sind alle so anfällig und dieser hier, der macht schon so viel mit und hält aus. Und kaputt gegangen ist so gut wie noch nie was, außer einmal der Querlenker vorne. Aber da waren ja auch dicke Steine und ansonsten nichts verbogen. Der Senni, die Knochen, die ihr hier seht, die blauen, das sind immer noch die allerersten. Die wurden nie ausgetauscht und das Ding ist einfach Bombe. Also, das Teil ist echt Bombe. Also, dieser Rex ist wirklich granios. Ja, wie ist er ausgestattet? Ich habe hier zwei Bluebirds drin mit 620 MMG. Die haben jeweils 10 Kilo Stellkraft für die Lenkung und für das Gasbremsservo. Müsste absolut ausreichend sein. Sind auch die einzigsten Servos, die so einigermaßen was taugen vom Bluebird. Die 621 und aufwärts, die sind alle total der Käse. Die Digital-Servos sind noch einigermaßen brauchbar. Aber ansonsten sind mir alle abgeraucht, außer die 620er. Ja, gucken wir mal, was die 620er hier verrichten. Hoffentlich halten sie. Ja, ich habe die blauen Brücken von René verbaut. Hier vorne Gorilla-Plastik. Der Wagen federt mit dem Gorilla-Plastik auch ganz normal. Und die Gorilla-Plastik-Querlenker machen ihren Dienst. Also, ich bin wirklich begeistert. Hier funktioniert alles, wie es sein soll. Ja, ich habe so leicht blaue Akzente, wie ihr erkennen könnt. Die Dämpferbrücken, die Kaderwellen, die waren schon blau, aber blauer Spritschlauch und so. Das gibt so ein bisschen Blau-Silber-Schwarz-Effekt. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Schön mit den Ansmann-Reifen drauf. Ja, die Karo ein bisschen beklebt mit euren Aufklebern. Somit seid ihr hier mit auch verewigt. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Nicht zu krass verändert, aber doch ein bisschen schick gemacht. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Gefällt mir richtig gut, der Rex. Ja, und den werden wir jetzt testen auf alles, Leute. Den werden wir, da werde ich so Hardcore-Bashing machen. Wir werden dieses Gorilla-Plastik so testen, was es aushält, was es alles mitmacht. Und dann könnt ihr eure eigene Meinung bilden, ob ihr auch Gorilla-Plastik-Querlenker machen wollt, etc. Wie gesagt, Aussehen ist nicht alles, finde ich. Es muss auch funktionieren. Und das ist, glaube ich, am wichtigsten hier bei der ganzen Geschichte, dass es auch funktioniert. Und ja, ich finde, es sieht einigermaßen hübsch aus. Kann man so lassen. Ja. Hier seht ihr nochmal den Rex in Überflug. Mal schön beklebt alles. Ja, ich hoffe, ihr gefällt euch. 25 CNC Force-Motor drauf. Neue Glocke, neuer Luftfilter. Tank, alles gereinigt. Und schöne Ansmann-Reifen sollen supermäßig geilen Grip haben. Habe ich mir sagen lassen. Und den werden wir jetzt richtig Hardcore-Bashing testen. Ja, ich weiß noch nicht, wie das Fazit aussehen wird, aber ich bin guter Dinge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, wenn es heißt Rex-Bashing-Time. Oder wenn was anderes kommt, kommt halt was anderes. Ansonsten wünsche ich euch was. Ich bin Sauer Laser. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.